Hey Freunde, wie ihr hinter mir sehen könnt, haben wir hier einerseits meine Bestellung, die ich abgeholt habe bei Röder Feuerwerk und wir haben ein 50 Euro Überraschungspaket und ein 150 Euro Überraschungspaket, weil ich einfach mal sehen wollte, was wird Röder da jetzt reinschmeißen, ob es jetzt nur Röderartikel sind oder nicht, schauen wir uns gleich an und ich würde sagen, in diesem Video geht es jetzt erstmal um das 50 Euro Überraschungspaket und dann hole ich euch näher ran und dann packen wir das mal gemeinsam aus. So Freunde, ich habe es mal hier, ich lasse es mal hier, dass es ein bisschen spannender für euch ist. Ja, wie gesagt, das ist jetzt das 50 Euro Überraschungspaket von Röder Feuerwerk. Wohlgemerkt ein Batterie Überraschungspaket. Ja, dann schauen wir mal rein. Erstmal wie üblich, Verpackung. So, dann schauen wir gleich mal die erste Batterie an. Da haben wir hier die Magic Whirl von Tropic oder Whirl, magischer Wirbel. Preise blende ich euch am Rechner ein, also ich füge sie zusätzlich nachträglich ein. Ne. Und dann schauen wir zum Schluss, was das Paket wert ist. Ja, Tropic Magic World hatte ich so theoretisch noch nicht. Also, keine Röderbatterie. Dann haben wir hier aber gleich eine Röderbatterie und zwar die Billig-Willig Nummer 3. Also, billig-unwillig. Die kostet meines Wissens knapp 10 Euro. Dann haben wir hier drin den Feuertopf Weißblink von Röder. Hat eine NEM von 42 Gramm und ich glaube, die Teile kosten knapp 4 Euro oder sowas. So. Staubig. Was haben wir denn hier Schönes? Big Ballett. Also Big Ballett von Tropic. TB9, falls es euch was sagt. Hat eine NEM von 190 Gramm. Ja. Ist, denke ich mal, eine stinknormale 10-Schuss-Batterie. Also eine großkalibre 10-Schuss-Batterie. Ja. Sagt mir jetzt so an sich nichts. Dann haben wir jetzt hier noch drei Batterien drin. Dann haben wir hier eine Orinoco. Oder wie die heißen tut. Von Jorge. Ist, glaube ich, eine Fischbatterie im 25 Millimeter Kaliber. Hat eine NEM von 270 Gramm. Dann haben wir hier noch zwei Röder-Batterien. Die ist schwer. Der blaue Plöpper von Röder. Das sind so blaue Fische, Silberfische, glaube Brokat, Gold, Rote und Silberne Fische. Genau. Eine theoretisch leise Batterie. Und zu guter Letztes haben wir hier noch eine Krosett-Fächer-Batterie. Ja, halt auch von Röder-Krosett, denke ich mal, kennt jeder. Hier halt als Fächer-Batterie und in groß, würde ich jetzt mal sagen. Und dann baue ich das mal kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich zur Übersicht, beziehungsweise zum hier Finanziellen. Was habe ich jetzt hier spart. So, Freunde. Da sind wir zur Übersicht. Wir haben in dem Paket, also in dem 50 Euro Überraschungspaket. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oder? Ist ich jetzt falsch? Ne, sieben Artikel. Wie gesagt, 49,95 hat das Paket gekostet. Genau. Und ich mache jetzt mit euch einfach mal gemeinsam die Preise. Ich habe sie mal rausgesucht. Die Orinoco kostet, oder hat gekostet 15 Euro im Online-Shop. Ist gerade nicht mehr vorrätig. Die Big Ballot hat knapp neun Euro gekostet. Ist auch nicht mehr vorrätig. Dann haben wir den Magic Wheel. Der war, wo habe ich es? Ich habe es mir aufgeschrieben. 9,95, also zehn Euro. Ja, genau. Da hat sich gleich der Feuertopf abhielt. Der kostet übrigens vier Euro. Also 3,95. Dann haben wir noch den blauen Plöpper. Der kostet 15 Euro. Also immer 14,95. Ich runde jetzt auf. Und die Korsettfächerbatterie 16 Euro. Ne, 17. Haben wir auch vergessen? Billig und willig natürlich halt. 10,99 Euro. Und da kommen wir dann auf einen Gesamtwert von 62,70 Euro. Also theoretisch, Preis-Leistung-Technisch, ja gut. Ob man jetzt die Batterien so haben möchte oder nicht. Das ist ja, ist halt ein Überraschungspaket. Man soll sich auch mal überraschen lassen. Und so, dann würde ich sagen, sieht doch gut aus. Also ich würde es mir nochmal kaufen. Da sind natürlich dann auch unterschiedliche Artikel drin. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 Röder-Artikel, 3 Nicht-Röder-Artikel. Aber nun ja, müsst ihr euch selbst überlegen, ob ihr das Paket jetzt so kaufen würdet. Schreibt es ja hier nochmal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich das 150 Euro Überraschungspaket werden. Und ja, haut rein. Bis dann. Tschüss. Kleiner Nachtrag noch. Ich habe noch was vergessen. Also falls ihr mal bei Röder bestellen möchtet, ich habe natürlich auch unten den Link von Röder. Und über den Link kommt ihr gleich auf die Online-Shop-Seite. Und ich würde mich freuen, wenn ihr über meinen Link bestellen würdet. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Sprich, ihr unterstützt mich damit, ohne zusätzliches Geld auszugeben. Es ist doch natürlich eine Win-Win-Situation für euch und für mich. Ihr kommt gleich zu Röder. Ihr habt dadurch keine Mehrkosten. Und ich bekomme noch eine kleine Provision dafür, dass ich euch sozusagen vermittelt habe. Also, wenn euch das 50 Euro Überraschungspaket von Röder gefallen hat, lasst auch gerne mal noch ein Like da. Und dann sehen wir uns zum 150 Euro Überraschungspaket. Also Freunde, bis später. Oder bis morgen, übermorgen. Und dann sehen wir uns zum 150 Euro überraschungspaket von Röder.